hi leute und herzlich willkommen hier beim bieten berlin mit medis hat und heute gucken wir uns wieder ein paar producer mindset sachen an ich habe im hintergrund einfach mal ein video laufen lassen von mir selbst weil ich gemerkt habe wenn ihr mich die ganze zeit sehen das ja irgendwie ein bisschen langweilig also könnt ihr einfach das letzte video sehen wie ich ein bisschen produziert habe lasst euch davon nicht ablenken das läuft einfach nur ja kommen wir heute zu einer sache die ganz wichtig ist und zwar wenn ich biet produzent bin überhaupt produzent bin dann macht es natürlich sinn so ein bisschen zu gucken so wo kann ich denn meine beats anbieten und jeder der irgendwie auch nur ansatzweise schon ein bisschen in diesem thema drin ist der weiß genau wir haben beat stars wir haben soundy wir haben er oder sowas also es gibt ganz viele sachen es gibt auch viele deutsche sachen ich glaube beat.de und sowas also es gibt extrem viele möglichkeiten meine beats anzubieten und zu sagen hey leute hier habt ihr das problem ist aber und das habe ich auch selbst gemerkt es gibt halt unglaublich viele beat produzenten mehr als fans wahrscheinlich also wirklich jeder macht beats das ist unglaublich und gerade auf beats das und so weiter klingt das ganze natürlich schon sehr 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 geil und ich habe mir damals auch die frage gestellt okay machst du es jetzt so wie die anderen das heißt du ballast einfach ohne ende beats raus und hoffst einfach dass jemand was kauft oder du machst es anders und ich habe am anfang auch das so gemacht ich gesagt habe ich mache einfach irgendwie beat hau den rauf fertig und dann kommt der nächste dann kommt der nächste und das war meines erachtens eine ein fehler denn ich habe gemerkt ich komme erstens gar nicht an den output von den anderen an also die großen studios die machen ja wirklich geführt drei beats am tag und ballern die raus das schaffe ich ja gar nicht auch alleine weil ich alleine bin das nächste ist dass die einfach in ihrem bereich so krasse ich nenne es mal presets haben dass das alles einfach hammermäßig klingt so und das habe ich jetzt nicht weil ich ja doch mehr sage ich mal arrangeur und komponist bin als reiner mixer das heißt weil ich krieg das auch nicht so schnell hin so was macht man da und ich habe mir überlegt mich anders zu positionieren und ich glaube hier ist es auch ganz ganz wichtig mit der positionierung zu arbeiten damit man dann nicht enttäuscht wird und irgendwann man sich sagt so ja jetzt habe ich fünf beats verkauft in drei jahren irgendwie ist das nicht so mein richtiges ding naja klar weil erstens mich sieht niemand und ganz oft ist so wenn ich anfange dann habe ich ja nicht mal geld also das heißt praktisch ich baller nichts rein bei mir ist der vorteil ich baller da schon ein bisschen was rein das heißt ich habe bei beats das immer wieder wenn ich beats bewerbe oder neue beats mache habe ich da keine ahnung 35 euro oder sowas rein und dann werden diese beats gesehen 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 umso besser der beat umso mehr mehr verkauft er sich und am anfang ist auch gar nicht so schlimm wenn ich zum beispiel ein beat für exklusiv keine ahnung 200 300 dollar verkaufe oder euro und 200 300 dollar reingepackt habe in den beat an werbung damit den dann jemand kauft und es ist gar nicht so easy ein beat zu verkaufen also man denkt sich immer so ich habe jetzt einen krassen beat ich habe die leute werden den feiern aber das stimmt nicht das ist einfach nicht so wenn ich keine eigene fanbase hat die wird es vielleicht feiern also leute die immer bei mir beets kaufen die werden sagen weißt du was krass das gefällt mir richtig gut aber das muss man sich erst aufbauen gerade wenn man am anfang ist hat man einfach noch nicht die connections und die fanbase also was kann man machen man kann jeden einzelnen beat behandeln wie ein hammer mäßig geiles produkt das heißt nicht beat ist fertig beat wird bei beat stars hochgeladen oder was auch immer und fertig ich gehe an den nächsten beat und hoffe dass irgendjemand den sieht sondern ich bewerbe ich kann ich mache snippets daraus ich mache zum beispiel was ich sehr oft mache was sehr gut funktioniert ich lasse einfach vocal jobs drüber laufen damit sich dann der rapper oder die rapperin vorstellen kann wie das dann mit mit einem gesang klingt könnte kommt sehr gut an das nächste ist dass ich einfach ein video schneide dazu ja also ich kann natürlich auch so eine visualisierung machen ich finde immer video ein bisschen geiler da hängt so ein bisschen davon ab was man alles kann also ich mag das sehr geile geile videos zu machen mit irgendwie stadt und wald und alles bewegt sich ein bisschen felsen und es muss auch gar nicht komplett der beat sein das macht ja auch gar keinen sinn sondern eine minute perfekt für instagram macht einfach eine minute lang so ein schönes video für eurem beat das heißt bam dann hat mein und vielleicht kann man den sogar einmal mit vocal version ohne vocal version da kann sich die leute später vorstellen wie das klingt und ich muss sagen seitdem ich mich so positioniert habe und sage ich behandle jeden beat als produkt funktioniert es besser das nächste ist dass ich mir überlege was für ein style ich prägen will und das ist glaube ich noch das aller aller wichtigste in der positionierung wenn ich krass klavier spielen kann dann sollte ich das benutzen wenn ich krass gitarre spielen kann dann sollte ich das benutzen wenn ich krass mit samples leisen kann und das ohr dafür dann sollte ich es benutzen was ich nicht machen würde also ich mache es auf keinen fall ist dieses naja ich versuche mal so viele type beats wie möglich zu machen um irgendwie zu hoffen dass ich da reinkommen also weiß ich will drag type beats gibt es eine milliarde und bevor ich mich da nach vorne positioniere wenn ich überhaupt drag type beats machen kann ist noch mal eine andere sache aber es bringt nichts weiter sind einfach so unglaublich viele leute ich hebe mich damit einfach null ab außer ich bezahle ja es kann sein ich bezahle die werbung und gehe davon aus dass mein beat so geil ist dass den jemand droppt oder pickt und dass ich dann das geld damit verdienen muss man überlegen ich bin eher der fan zu sagen okay ich mache einfach sehr sehr spezielle beats in meinem style wo ich es kann und das hat mittlerweile echt gut funktioniert weil nicht jeder feiert die beats ja manche leute schicke ich die bieten ist nicht geil aber ich habe ein paar leute die sagen alter das ist genau das was ich haben will und das ist für mich das wichtigste weil genau diese leute will ich mir heute ich will nicht die ganze welt ich will genau die leute die sagen ich will genau diese beat mit der gitarre und in diesem style natürlich muss man jetzt so ein bisschen daran arbeiten dass man diesen style kreiert ja das bedeutet zum beispiel in meinem fall könnte es sein dass ich nur beats mache mit gitarre oder 90 prozent mit gitarre das heißt man hat immer meine gitarre drauf ja immer samples mit meiner gitarre was ich auch machen könnte ist wenn ich sehr gut es leisen kann mit mit vocal jobs und so weiter arbeiten kannst du ja okay ich baue beats die so ein bisschen mehr in richtung sind gechoppte vocals samples und so abgefahren und wenn man mich dann praktisch bucht oder ein beat dann bekommt man immer das ja man bekommt man das und guckt euch mal die großen stars an er guckt euch mal songs von timberland an er hat immer ist ja mega bekannt für sein für seine drum loops für sein drumming für bestimmte drum techniken wo man immer kennt aus der szene es muss ein timberland sein ja oder auch irgendwie sounds von weiß ich david getter gigi diagstino finde ich mega krass deadmau5 ich erkenne deadmau5 überall raus ja also wenn es nicht gerade kopiert deadmau5 ist und so hat jeder seinen eigenen style geprägt das heißt eine sache die ich sehr sehr versuche jetzt zu machen ist wirklich ein style bringen natürlich mit der gitarre weil ich gitarrist bin deswegen warum sollte ich das ablegen und sagen nee ich mache gar nichts mit gitarre wenn das einfach in jeder branche auch eigentlich gebraucht wird also egal ob im idm da kann man gitarren gebrauchen trap hip hop überall sind irgendwie getan man muss halt so bauen dass die nicht als rock metal solo gitarre sind sondern passend zum song also ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen bei dieser mindset bei den mindset call heute und ja ich würde sagen wenn ihr bock habt weiter dabei zu bleiben dann abonniert den youtube channel seit bei den switch sachen dabei erholt euch bei ud mit den kurs wenn ihr bock habt und wir sehen uns nächste woche wieder und ansonsten in den streams